Zehn typische Einwände des Arbeitgebers gegen Betriebsratsschulungen. Teil 1. Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Dein Podcast für erfolgreiche Arbeit im Betriebsrat. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Mein Name ist Sandra Becker. Ich bin Volljuristin und Referentin im Hause der WAF und habe bei mir meine Kollegin Franziska Hurtado, Rechtsanwältin aus München und auch Referentin der WAF. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Wir haben ein sehr spannendes Thema mitgebracht, in dem wir uns sehr gut auskennen als Schulungsanbieter. Unser tägliches Brot sozusagen. Genau. Und wir haben uns gedacht, warum eigentlich darüber keinen Podcast machen? Wir haben zwar online so viel dazu. Wir haben ja sehr viele YouTube-Clips. Das kennen Sie. Vielleicht kennen Sie das ja schon. Auf www.wef-seminar.de gibt es unsere Argumentationshilfen zum Runterladen, die Sie natürlich jederzeit auch downloaden können. Also Sie finden zu dem Schulungsthema online auch auf unserem YouTube-Kanal und auf unseren Internetseiten schon sehr viel. Und trotzdem haben wir uns gedacht, das ist tatsächlich einfach wieder das, was uns ständig begegnet im Tagesgeschäft. Und dass das auch immer wieder nachgefragt wird. Also wir haben ja immer wieder Anrufe, verzweifelte Betriebsräte und auch frustrierte Betriebsräte. Absolut. Also liebe Betriebsratskollegen und Kolleginnen, seien Sie nicht allzu verzweifelt. Sie sind leider noch immer in guter Gesellschaft, dass viele Betriebsräte noch immer auch kämpfen, um auf Schulung zu gehen und dafür wollen wir sie einfach fit machen. Denn die gesetzliche Lage ist wirklich wunderbar und die Rechtsprechung zum Schulungsanspruch ist auch wunderbar. Und eindeutig vor allen Dingen. Und eindeutig. Und Sie werden sehen, das ist alles ganz alte Rechtsprechung. Da geht es los mit BAG-Rechtsprechung von 1974, die bis heute noch gilt. Also wirklich jahrzehntelange Rechtsprechung, die wir Ihnen hier vorstellen. Also es geht um die Frage, wie verfahren Sie denn, wenn der Arbeitgeber eine Schulung nicht genehmigen möchte und die Kostenübernahme verweigert? Ja, oder vielleicht fangen wir noch ein bisschen früher an. Wie komme ich überhaupt auf Schulung? Genau. Also irgendwie, genau. Ich weiß als Betriebsrat, ich habe einen Schulungsanspruch. Aber was sind so die ersten Steps sozusagen, die ich machen muss, um den Schulungsanspruch umzusetzen? Und das allererste und das Wichtigste und das, was Sie immer machen müssen als Betriebsrat, das wissen Sie auch, da klingeln bei Ihnen jetzt hoffentlich alle Alarmglocken, das ist ein wirksamer Betriebsratsbeschluss. Der sogenannte Entsendebeschluss. Alles Betriebsratshandeln ist immer ein wirksamer Betriebsratsbeschluss. Und genau, der nennt sich in dem Fall der sogenannte Entsendebeschluss. Das heißt, Sie machen eine Sitzung, Sie beschließen auf dieser Sitzung, dann machen eine Abstimmung und beschließen, welches Betriebsratsmitglied Sie wann auf welches Seminar schicken möchten. Das ist so der erste Step. Damit haben Sie den ersten Schritt schon mal getan. Also für jedes Betriebsratsmitglied und für jede Schulung brauchen Sie einen einzelnen Beschluss. Ja. Und da können Sie sich vorstellen, darüber wird viel gestritten. Arbeitgeberargument Nummer eins ist natürlich, dass der Arbeitgeber sagt, diese Schulung ist nicht erforderlich. Genau. Pauschal erstmal. Genau, pauschal. Warum denn eigentlich das Wörtchen erforderlich? Wir befinden uns in Paragrafen 37 Absatz 6 Betriebsverfassungsgesetz. Und da steht das so drinnen. Ich lese Ihnen mal vor. Ja, da heißt es, die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend, da geht es nämlich um Freistellungsanspruch und Freizeitausgleich, gelten entsprechend für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit des Betriebsrates erforderlich sind. Und was erforderlich ist, das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff und dazu gibt es, Gott sei Dank, sehr viel Rechtsprechung des BAG. Und das BAG sagt zur Frage, wer beurteilt denn, ob eine Schulung erforderlich ist? Ja, das beurteilt der Betriebsrat. Und der hat da einen Ermessensspielraum. Genau, also Sie überlegen sich, brauchen Sie diese Schulung für die Betriebsratstätigkeit? Ist es notwendig? Brauchen Sie dieses Wissen, was Ihnen da vermittelt wird, um ordnungsgemäß Ihr Amt ausfüllen zu können? Denn das ist ja Ihre Amtspflicht als Betriebsratsmitglied. Sie müssen ordnungsgemäß Betriebsratstätigkeit machen. Und das können Sie natürlich nur, wenn Sie da die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse haben. Und gerade was rechtliche Dinge anbelangt, da kann man von Ihnen natürlich nicht erwarten, dass Sie das einfach so kennen. Sie wissen ja selbst, Sie kommen aus unterschiedlichen Berufen, haben ganz andere Tätigkeitsfelder, unterschiedliche Branchen. Und gerade was rechtliche Dinge anbelangt, da müssen Sie natürlich irgendwoher die Möglichkeit bekommen, da die Fähigkeiten zu erlangen. Und da haben Sie die Möglichkeit, auf unseren Schulungen entsprechend dann geschult zu werden. Genau. Das BAG ist sogar so streng und sagt, es gibt sogar eine Schulungspflicht für Betriebsratsmitglieder, weil dieses Amt einfach so verantwortungsvoll ist, dass es schon sehr fahrlässig und nicht so verantwortungsbewusst ist, sich da komplett nicht schulen zu lassen und dann seinen Amtspflichten nicht entsprechend nachkommen zu können. Genau. Das BAG stellt aber eine tolle Regel auf. Genau. Wollte ich auch gerade sagen. Jetzt haben wir da eine ganz einfache Regelung erstmal und das ist ganz wunderbar für Sie. Die Faustregel, Grundlagen, Seminare sind in jedem Fall erforderlich. Also da brauchen Sie gar nicht drüber nachzudenken. Das ist bei uns Arbeitsrecht Teil 1 bis 3. Betriebsverfassungsrecht Teil 1 bis 3 finden Sie unter www.waf-seminar.de. Da hat jedes einzelne Betriebsratsmitglied, das noch nie auf so einer Schulung war, entsprechend immer einen Schulungsanspruch. Und das auch ohne Diskussionen, ohne dass man da irgendwas abwägen muss. Grundlagenschulungen sind immer erforderlich. Genau. Und wie es mit den Spezialseminaren ist, darauf kommen wir noch. Spätestens im zweiten Teil unseres Podcasts. Wir machen nämlich jetzt in diesem Podcast, damit es nicht zu lange wird, machen wir erstmal die ersten fünf Argumente und nächste Woche kriegen Sie da dann im Teil 2 die nächsten Arbeitgeberargumente mit. Aber wir können zu den Spezialseminaren ja jetzt schon mal sagen, letztendlich sagt das BAG so eine schöne Generalfloskel, dass der Betriebsrat immer prüft, was ist jetzt für ihn für Wissen erforderlich, damit er seine Aufgaben bewältigen kann. Und bei Spezialseminaren wird man besonders auf die Funktion des Betriebsratsmitglieds schauen. So können Betriebsratsvorsitzende und Stellvertreter zum Beispiel Betriebsratsvorsitzenden-Seminare besuchen, aber auch Rhetorikkurse oder Verhandlungstechniken, weil sie einfach nach außen hin auch auftreten und ja quasi ja auch kommunizieren nach außen. Also da wird man einfach im Einzelfall schauen. Was brauche ich? Schaue mir genau meinen Betrieb an und gucke, okay, ich arbeite in der Brauerei. Vielleicht ist hier die Gefahr für eine Suchterkrankung zum Thema Alkohol besonders hoch. Dann kann ich das natürlich entsprechend einfach begründen, dass ich sage, ja, ich als Betriebsratsmitglied in meiner Firma brauche zum Beispiel das Spezialseminar zum Thema Alkoholkonsum am Arbeitsplatz. Super Beispiel. Und bei so Spezialthemen ist es natürlich jetzt nicht erforderlich, dass sich jedes Betriebsratsmitglied schulen lässt, sondern da reicht es je nach Gremiengröße, wenn ein paar Betriebsräte sich da auskennen, sodass der Betriebsrat insgesamt zu dem Thema geschult ist. Aber das bringt uns schon zum zweiten Argument, dass Arbeitgeber noch immer so gerne bringen, dass sie sagen, ein Betriebsrat pro Seminarthema reicht doch, denn dieses geschulte Betriebsratsmitglied, das kann doch dann die anderen schulen. Das ist eine ziemlich herausfordernde Aufgabe. Ja, und es zeigt auch, welche Arbeitgeber tatsächlich keine Ahnung vom Betriebsverfassungsrecht hat, denn so ein Argument bringt man glaube ich nur, wenn man selber auch keine Ahnung hat. Also wenn man einmal gesehen hat, wie komplex Arbeitsrecht und im Speziellen natürlich Betriebsverfassungsrecht auch ist, dann verlangt man nicht, dass Laien, rechtliche Laien, Betriebsratsmitglieder, das ist gegenseitig da auch noch Schule. Erstens verstehen und zweitens dann noch ihren Kollegen beibringen. Ja, also das müssen sie sich nicht vorenthalten lassen, das würde der Arbeitgeber mit Management-Schulungen auch nicht so machen, deshalb versucht dann die Manager, dass die sich untereinander schulen. Nee, also da sagt das BAG seit 1986 schon, ja, also Sie sehen, das ist nichts Neues, das sind alles alte Kamellen, aber da sagt das BAG ganz klar, jedes Betriebsratsmitglied hat Anspruch auf eigene Schulungen, für Grundlagenschulungen jederzeit. Genau, dann habe ich auch so ein Klassiker, was ich auch immer öfters höre, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Arbeitgeber versucht dann auch ganz gern mal mit dem Zeitpunkt so ein bisschen rauszureden und dann sagt man auch so, nee, also diese Woche passt es nicht und in zwei Monaten passt die Schulung auch nicht. Sie können hier nicht weg, sie sind unabkömmlich, genau, sie haben eine Schlüsselposition, also wenn sie jetzt in ihrer Amtszeit nochmal auf eine Schulung wollen, das ist völlig unmöglich, da stehen betriebliche Belange, genau, so heißt es dann auch im 37 Betriebsverfassungsgesetz drinnen, genau, da stehen betriebliche Belange der Schulung entgegen, das Betriebsratsmitglied kann doch gar nicht weg. Das ist auch immer so eine schöne Argumentation des Arbeitgebers und klar, sie sind Betriebsratsmitglieder, sie müssen natürlich auch Rücksicht nehmen auf die Betriebsorganisationen, sie sollten natürlich schauen, dass sie vielleicht, gerade wenn sie im Einzelhandel sind, jetzt nicht als gesamtes Gremium in den Spitzenumsatzzeiten, zum Beispiel im Weihnachtsgeschäft, alle komplett auf Schulung gehen, da natürlich immer ein bisschen gucken, aber ich glaube eigentlich, gerade als Betriebsratsmitglied ist man ja auch, engagiert, verantwortungsbewusst und wenn man da ein bisschen in sich reinhört und sich überlegt, okay, gerade vielleicht, wenn ich in einem Trachtengeschäft arbeite, dass ich dann nicht zur Wiesnzeit auf Schulung fahre als Betriebsratsmitglied, das traue ich ihnen in jedem Fall zu, da einfach ein bisschen zu schauen. Das war mal wieder ein sehr bayerisches Beispiel, Franziska, aber plakativ, ja. Genau. Und außerdem bekommt der Arbeitgeber ja auch rechtzeitig Bescheid. Also auch im 37 Absatz 6 steht drin, der Betriebsrat sollte dem Arbeitgeber rechtzeitig Bescheid geben, wann der auf Schulung fährt. Und rechtzeitig sagt die Rechtsprechung sind zwei Wochen circa, also zwei Wochen vorher sollte man auf alle Fälle Bescheid sagen oder beziehungsweise auch ihm zwei Wochen lang Zeit geben, da zu widersprechen. Früher natürlich immer besser für Betriebsrat und Arbeitgeber glaube ich, dann hat man nämlich nicht, das haben wir auch öfters mal natürlich diese Anrufe, Freitag soll die Schulung verschoben werden, Montag geht's los mit der Schulung. Genau. Und dann gibt es auch Probleme mit Stornfristen. Umso mehr Vorlauf sie da ihrem Arbeitgeber geben, umso rücksichtsvoller ist es natürlich und umso mehr trägt es vielleicht auch der Kommunikation und dem Betriebsfrieden bei. Aber auch in diesem Streit, und da sehen Sie, wie stark der Schulungsanspruch ist, sagt der Paragraf 37 Absatz 6 in seinem Satz 5, wenn keine Einigung erzielt wird über den Schulungszeitpunkt, dann ist der Weg zur Einigungsstelle frei. Genau. Und die ist unter Umständen so teuer, dass der Arbeitgeber den Betriebsrat gleich auf Schulung schicken kann. Genau. Und ja, also hier auch dann sich keine Angst machen lassen vom Arbeitgeber, sich vor allen Dingen nicht verdrösten lassen, sondern dann auch mal sagen, okay, lieber Arbeitgeber, wenn für dich anscheinend überhaupt kein Zeitpunkt passt, dann finden wir uns halt, treffen wir uns vor der Einigungsstelle und dann schauen wir mal, was für einen Zeitpunkt wir da finden. Also ich würde auch sagen, der Betriebsrat, klar, Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit prüft er halt erstmal, kann er verschieben, wenn das möglich ist, okay. Aber es kann ja auch mal sein, dass der Betriebsrat weiß, es steht eine Betriebsänderung ins Haus und die brauchen jetzt unbedingt das Spezialwissen, weil eine Betriebsänderung ist halt einfach wahnsinnig aufregend als Betriebsrat. Und da muss man in diesem Spezialthema nochmal geschult werden, um zu wissen, wie verhandle ich jetzt einen Sozialplan am besten. Und das sind dann halt so Fälle, wo der Betriebsrat durchaus auch mal auf sein Recht beharren kann und auch sollte, um da das Wissen entsprechend zu seinem geforderten Zeitpunkt zu erwerben. Genau. Eine schöne Argumentation ist dann auch immer, ja, mach doch lieber eine Inhouse-Schulung, das ist natürlich auch am besten vom Arbeitgeberanwalt natürlich noch oder von der Personalabteilung, das finde ich immer auch ganz schön, wenn dann so Ideen kommen vom Arbeitgeber hier, wir haben noch eine super Personalabteilung, die können doch den Betriebsrat mal in arbeitsrechtlichen Dingen schulen. Genau das Gleiche wie jetzt irgendwie der Anwalt vom Arbeitgeberverband, also da wissen Sie mit Sicherheit, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass darauf brauchen Sie sich natürlich nicht einlassen. Das ist auch so die Frage, also klar ist sowieso, dass der Betriebsrat einen Anspruch auf eine neutrale Schulung hat, dass der Betriebsrat selbst sich den Anbieter aussuchen darf. Das gehört auch wieder zu Ihrem Ermessensspielraum, dazu, welchen Anbieter Sie wählen. Wenn die Wirtschaftschaft geht, wenn die günstiger ist oder kann ich auch ein privatrechtlich organisiertes Unternehmen nehmen, da ist die Rechtsprechung auch klar, dass sie sagt, der Betriebsrat darf sich das natürlich selbst aussuchen. Klar, die Kosten müssen verhältnismäßig sein, aber da können Sie darauf vertrauen, dass die Schulungsanbieter sich da nicht so viel nehmen. Ja, tatsächlich, ja, also die Schulungen auch so konzipiert haben, dass sie von der Rechtsprechung durchgewunken werden und wenn es mal günstigere Anbieter gibt, wie die Gewerkschaft oder so, dann liegt es auch meistens daran, dass die Schulungen einfach von der Wertigkeit unterschiedlich sind. Dass zum Beispiel die Schulung dann länger dauert, intensiver ist. Also da gibt es dann immer irgendwelche Gründe, die man dann gut auch anbringen kann, sodass die Rechtsprechung dann immer zum Ergebnis kommt, eine höherwertige Schulung darf natürlich auch teurer sein. Und zur Frage, muss das Ganze in-house sein? Da ist es halt auch mittlerweile anerkannt, dass es natürlich eine höhere Wertigkeit von Schulung hat, wenn sie irgendwo hinfahren und weg sind vom Betrieb und auch weg sind von ihrem Zuhause. Da ist einfach eine bessere Schulungsatmosphäre und es geht bei den Schulungen ja ganz viel auch um diesen abendlichen Austausch. Genau, von anderen lernen auch im Gespräch mal sehen, wie machen andere Betriebe das. Auch zu sehen, andere Betriebe arbeiten ganz anders und auch einfach vielleicht dann aus Erfahrungen zu lernen von jemandem, der vielleicht schon seit 20 Jahren Betriebsratstätigkeit macht. Und das macht die Schulungen auch wirklich intensiv, weil tagsüber kriegen sie den Stoff und abends, vielleicht waren sie ja schon mal bei uns auf einer Schulung, da haben sie dann einen Seminarleiter, der sich auch um Freizeitprogramme quasi bemüht und die entsprechend organisiert, um da auch gemeinsam einfach Raum zu haben, außerhalb der Schulung im Rahmen des Freizeitprogramms sich da auch nochmal auszutauschen. Und damit ist das Argument, eine Inhausschulung muss gemacht werden, wegen Kostengünstigkeit dann so teilweise entwertet. Ich rate den Betriebsräten immer, lassen Sie sich ein auf eine Inhausschulung, wenn Sie das Gefühl haben, dass es funktionieren wird, dass der ganze Betriebsrat dann dafür geschult wird. Sagen Sie dem Arbeitgeber auch klar, dass es ein Entgegenkommen ist von Ihrer Seite, wenn Sie sich jetzt darauf einlassen, da inhausschult zu werden. Aber bestehen Sie darauf, dass es einen Rechtsanwalt Ihrer Wahl macht und nicht irgendwie einen Arbeitgebervertreteranwalt. Oder am besten noch die Personalabteilung selbst. Ja, genau. Aber da bin ich mir sicher, also das weiß ich auch von den Kollegen und Kolleginnen, die bei uns anrufen und mit denen wir täglich sprechen, dass sie Betriebsräte da auch wirklich alle ganz klar sind, dass sie sich da nicht drauf einlassen, auf irgendwelche Halbwahrheitenschulungen. Ja, weil dann kann man es ja fast auch gleich lassen, ja, um es jetzt mal ganz hart zu formulieren. Genau. Und wir haben noch ein letztes Argument für heute. Und damit schließen wir dann den Teil 1. Aber es bleibt natürlich spannend. Wir haben noch ganz, ganz viele weitere Argumente. Oh ja, da kommen noch ein paar spannende Argumente. Genau, die Burner haben wir, sind uns natürlich aufgespart dann für den zweiten Teil. Aber das letzte Argument, was wir auch immer mal hören, ist, jedes Betriebsratsmitglied darf doch pro Jahr nur drei Wochen Seminare besuchen. Das schwirrt auch immer so ein bisschen in den Arbeitgeberköpfen rum. Woher kommt das? Weißt du das? Ja, also das ist diese Unsicherheit, die besteht, denn es gibt neben dem Paragrafen 37 Absatz 6 auch noch ein 37 Absatz 7. Das heißt, Betriebsräte haben gleich zwei verschiedene Schulungsansprüche. Und der Absatz 7, der ist noch weiter als der Absatz 6, denn da kann ich mich als Betriebsrat auch schulen lassen in Themen, die nicht nur erforderlich sind, sondern die irgendwie nur geeignet sind, Betriebsratsarbeit zu unterstützen. Dass ich zum Beispiel über irgendwelche Gesetzesvorhaben oder steuerrechtlichen Aspekte, was nicht jetzt unmittelbar mit Betriebsratsarbeit zu tun hat, mich schulen lasse. Aber den Absatz 7, liebe Betriebsratskollegen, den brauchen Sie gar nicht. Der Absatz 7, der ist nämlich tatsächlich begrenzt auf bis zu drei Wochen im Jahr. Und der hat auch nur einen Anspruch auf unbezahlte Freistellungen und dass der Arbeitgeber die Kosten der Schulung trägt. Aber ich werde in dem Zeitraum nicht auch noch zusätzlich bezahlt. Genau, und ausgerichtet wird auch diese Schulung nach 37 Absatz 7 dann von bestimmten Schulungsanbietern, von bestimmten Organisationen und der zuständigen Arbeitsbehörde. Also da muss man auch ein bisschen genau hinschauen, wer veranstaltet das Ganze denn. Ansonsten nehmen Sie einfach den 37 Absatz 7, der ist einfach viel weiter. Der Absatz 6, ich bin auch schon ein bisschen verwirrt. Der Absatz 6, der ist einfach viel weiter. Und damit können Sie tatsächlich auch, wenn Sie da bei den Kosten verhältnismäßig bleiben, jeden Schulungsanbieter wählen mit dem entsprechenden Thema, das für Ihre Betriebsratstätigkeit erforderlich ist. Genau, also der Absatz 6, der reicht Ihnen schon für sämtliche Betriebsratsschulungen, die Sie benötigen. Ja, in diesem Sinne hoffen wir, dass Sie jetzt einen Ticken besser gerüstet sind gegen die Argumente Ihres Arbeitgebers. Wenn Sie da noch mehr Bedarf haben, wir füttern Sie noch weiter in der nächsten Woche mit vielen spannenden Argumenten und wie Sie denen entgegnen können. Bis dahin wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg und sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Becker. Und Ihre Franziska Hurtado. Bis zum nächsten Mal.